Ja, mi, ich sag logo, aber komisch ist dran, doch guckt mal hier auf dem Foto, ich kann schwören hier, die Pussy ist irre wie Bruno, yeah Guck, halbe Sachen haben den Boss nie interessiert, guck, der Boss hat seine Kampfhunde in Bosnien dressiert, in nem Ex-Militärstützpunkt Du kommst mit schweren Jungs, machst da ein bisschen Bälle, doch wirst letztlich zerblasen